Liebe Freundinnen und Freunde, also liebe Grüße vom Walter. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, aber ich glaube, ihr macht es trotzdem richtig laut nach dieser unnötigen Provokation des Baggers. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Geil und pregnancy essen, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, nur bieten, sechs,fünf, drei, sechs, fünf, vier, die in den Japan. Oh, Benz, ray, Benz! Oh, Benz, ray, Benz! Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Noch ganz kurz, bevor wir noch mal hier etwas Kultur geboten werden. Heute hat der Bagger hier unnötig provoziert. An all diejenigen, die das richtig zornig gemacht haben, kann ich euch sagen, es gibt was Wunderschönes jeden Morgen hier vor unserem Bauzaun. Heute Morgen haben hier 50 Leute gefrühstückt, direkt vor dem Bautor. Und ich kann Sie nur herzlich einladen, die Sie hier alle sind, kommen Sie einfach morgen, übermorgen immer wieder hierher, machen Sie mit beim Frühstück, helfen Sie der Torwache hier direkt. Weil eins ist klar, wenn wir genug hier vor unserem Tor sind, dann können die dahinteren zwar wild baggern, aber wir lassen keinen einzigen Lastwerken mehr rein oder raus.